Die 6 besten Schlüsselanhänger mit Bild Ich habe den Ankerpunkt Schlüsselanhänger als Geschenk für meinen Partner gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Leder fühlt sich hochwertig an und die Gravur Lieblingsmensch ist sehr schön und gut lesbar. Es ist ein tolles personalisiertes Geschenk für jeden, der gerne etwas Besonderes hat. Der Schlüsselanhänger wird in Deutschland hergestellt und das merkt man auch an der Qualität. Ich empfehle ihn auf jeden Fall für alle, die ein einfaches, aber elegantes Accessoire für ihren Schlüsselbund suchen. Ich habe den Farbach Schutzengel Schlüsselanhänger als Geschenk für meinen Bruder gekauft und er war total begeistert. Die drei Engel mit ihrer Gravur und Botschaft sind wunderschön und der Metallanhänger fühlt sich robust und hochwertig an. Als Autofahrer ist es toll, einen Glücksbringer dabei zu haben, der einen auf jeder Fahrt begleitet. Der Schlüsselanhänger ist auch ein tolles Geschenk für Neulinge im Straßenverkehr oder um einem besonderen Menschen Glück und Schutz zu wünschen. Definitiv ein Kaufwert! Ich habe mir den Farbach Schutzengel Schlüsselanhänger gekauft und bin begeistert. Die drei Engel aus Metall sehen sehr ansprechend aus und die Gravur auf der Rückseite ist eine besondere Botschaft an jeden Autofahrer. Für mich ist der Anhänger nicht nur ein Glücksbringer, sondern auch ein schönes Accessoire für meinen Autoschlüssel. Der Anhänger eignet sich auch super als Geschenk, zum Beispiel für jemanden, der gerade den Führerschein gemacht hat. Wer auf der Suche nach einem stilvollen Schlüsselanhänger mit besonderer Botschaft ist, dem kann ich den Farbach Schutzengel Schlüsselanhänger nur empfehlen. Ich habe die Manika 5 Stück Schlüsselanhänger Foto Acryl gekauft und bin einfach begeistert. Die Anhänger sind aus klarem Acryl gefertigt und haben eine Größe von 4,0 x 5,0 cm. Sie sind perfekt zum Basteln und für Geschenke für Familie und Freunde geeignet. Dank des Spaltrings lassen sie sich auch problemlos an Schlüsselbunden befestigen. Die Qualität der Anhänger ist top und das Preisleistungsverhältnis ist unschlagbar. Ich kann diese Schlüsselanhänger jedem empfehlen, der auf der Suche nach praktischen und schönen Accessoires für den Alltag ist. Ich habe den Foni Schlüsselanhänger Paar Liebe gekauft und bin begeistert. Das personalisierte Design ist wunderschön und der Magnetverschluss erleichtert das An- und Abnehmen der Schlüssel. Es ist eine tolle Geschenkidee für Frauen und Männer und eignet sich perfekt als Geburtstagsgeschenk für Freund und Freundin. Der Schlüsselanhänger ist auch robust genug für den täglichen Gebrauch und lässt sich einfach am Gepäck oder an der Tasche befestigen. Ich kann dieses Produkt nur empfehlen. Ich habe mir den FYAC CD 3 Stück Schlüsselanhänger Foto gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Die transparenten Bilderrahmen eignen sich perfekt um meine liebsten Fotos immer bei mir zu tragen. Der Schlüsselring ist stabil und die Bilder werden gut geschützt. Ich finde es toll, dass ich die Bilder einfach selbst austauschen kann und so immer neue Erinnerungen an meinem Schlüsselbund habe. Die personalisierten Bilderrahmen sind eine tolle Geschenkidee für Familie und Paare. Ich bin begeistert von diesem Produkt und kann es jedem empfehlen, der eine schöne und persönliche Ergänzung für seinen Schlüsselbund sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.